Willkommen zurück, mein Lieben, bei Elden Ring. Wir sind hier bei diesem konvertierten Turm. Der ist neu. Und da looten wir erstmal ein bisschen rum und dann gibt es hier eine Nachricht. Gelehrsamkeit sei mit euch. Okay. Wir sind sehr gelehrsam. Das kann doch nicht alles gewesen sein, oder? Der Turm muss ja irgendeinen Sinn haben. Gibt es irgendwas, womit wir interagieren können? Nein? Gelehrsamkeit sei mit euch. Ist das eine Statue von Marika? So eine richtige? Vielleicht brauchen wir ein Buch, um hier irgendwas machen zu können. Ich wüsste jetzt gar nicht, wofür... Ich kann mit nichts interagieren. Das Zeug kann man auch nicht kaputt machen. Keine Ahnung. Irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt auf jeden Fall. Warte mal. Hier hinten vielleicht? Vielleicht hat der Turm einen Hintereingang. Magie fett. Okay, das ist... Nicht unbedingt das, was ich mir erhofft habe. Ha. Dieser Turm ist... Ich weiß nicht. Da muss man irgendwie hochkommen. Was übersehen wir? Was übersehen wir? Gelehrsamkeit sei mit euch. Steht das Ding vielleicht auf einem Aufzug? Wir kriegen es nicht weg. Vielleicht hier? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendwo hinführt. Aber... Ja, vielleicht. Da geht es wieder runter. Kommen wir auf das Dach rüber. Die große Preisfrage. Bringt uns das überhaupt was, auf das Dach rüber zu kommen? Da ist wieder einer von denen. Da geht es weiter hoch. Okay. Also, mal schauen. Das sieht wirklich so aus, als müssten wir irgendwie auf dieses Dach. Okay, das geht relativ einfach. Der Typ schießt auf uns. Okay, lass uns mal schauen, ob wir hier hoch können. Oh. Du musst, äh, sich ein bisschen umschauen. Plus ein wenig Geduld ist auch immer gefragt. Viele Bücher. Keins, das wir verwenden können. Das geht noch weiter hoch. Oh. Eine Kiste. Ich hoffe, da ist was Gutes dabei. Sparierstein. Ah, ich glaube, das so ein Ding hatten wir schon. Oder wir hatten die Möglichkeit, eins zu kaufen. Eins von beidem. Ich meine, das ist irgendein Zaubergedöns. Genau. Hochgeschätzt von Zauberern, die sie erschaffen. Erhöht die Anzahl der Speicherplätze. Angeblich ein Fragment des Schwarzen Monds, der einst über der ewigen Stadt thronte. Okay, war ein bisschen mau. Aber ich glaube, wir haben das Geheimnis dieses Turms gelüftet. Von dem her, ich denke mal, hier gibt es nichts weiter. So, dann gehen wir zum Ehrenbarm, oder? Könnte ein Boss sein. Viele zerbrochene Töpfe. Nein. Oh. Ein bisschen doof hier zu kämpfen. Nicht wahr? Ah, ich glaube, das ist ein Boss. Niederer Erdenbaum. Ich glaube, den hatten wir auch schon mal, ne? Ah, schauen geht. Der letzte von denen war, glaube ich, ziemlich cool. Au. Okay, macht Schaden. Ein bisschen ein Smaug-Abklatsch. Au. Ganz falsches Timing. Und eine Heilung. Und dann geht ihr wieder hoch. Ich meine, der hat auch eine zweite Phase. Autsch. Okay, wir sind da jetzt natürlich auch mit relativ wenig Heilungen aufgetaucht. Ähm, lass uns Marikos Fall wiederbeleben. Ich denke mal, wir sind in der Nähe. Tatsächlich. Direkt nebendran. Gib ihm. Au. Au. Die Timings. Von dem sind ein bisschen fies. Ja. Diese Timings. Au. Au. Was mir nicht gefällt, ist, dass ich nach jedem Hit heilen muss. Weil er mehr als meine halben Papierweg nimmt. Oh, wir sind außer Heilung. Gleich gespielt. Könnt ihr auf die andere Flasche wechseln. Oh ja, genau. Da war ich los. Ich komme. So weit, so gut. Viel hat er auch nicht mehr. Au. Ich denke, das kann es gewesen sein. Mit dem allerletzten Hit. Wir hatten nichts mehr. Das war super knapp. Himmelblaue Kristallträne und eine gesprungene Kristallträne. Ich denke mal, das sind Dinge, die wir hier reinmixen können. In Arzneigemisch regeneriert die Hälfte des gesamten FP. Eher uninteressant. Eine Kristallträne, die langsam im Laufe vieler Zeitalter dort heranwuchs, wo der Segen des Erdenwarms auf den Boden fällt. Denn in einer Flasche der wundersamen Arznei gemischt werden, die resultierende Gemisch regeneriert die Hälfte eurer maximalen FP. Das erzeugt eine Explosion. Diese fehlende Kristallträne besitzt keinerlei medizinischen Eigenschaften. Eine Lektion, die manche nur auf die harte Tour lernen. Glaube ist ebenfalls ein Pulverfass. Okay. So, dann würde ich sagen... Reiten wir mal kurz um den Erdenbaum rum. Schauen, was hier sonst noch so ist. Also von denen, die bewachen anscheinend immer die niederen Erdenbäume. Soweit ich das jetzt beurteilen kann. Das heißt, wenn wir mehr von diesen Erdenbäumen antreffen, werden wir wahrscheinlich auch nochmal so einen Boss bekämpfen müssen. Ich habe mir schon gedacht, dass da ein... Was das bei dem Erdenbaum-Boss ist. Wie das ja auch schon beim letzten Mal der Fall war. So, wir wissen immer noch nicht, wie wir da raufkommen. Hm. Vielleicht durch eine Art Höhle. Warte mal. Ich sollte vielleicht erstmal, bevor wir jetzt hier irgendwie was machen... Lass uns kurz mal rasten gehen. Bei der Gnade. Ich habe meine letzten Reserven. Gebraucht für den Kampf gegen diesen fiesen Avatar. Oder was auch immer das genau darstellen sollte. So. Ich denke mal, wir gehen von ganz oben die Wand runter. Gucken, ob irgendwo eine Höhle ist. Was ist das hier? Ah, das war wieder einer von diesen Schälen. Verstehe. Oder da oben war nichts. Nee, hier oben ist nichts. Oder? Nee, das ist... Das war nichts. Was irgendwie relevant ist. Äh, können wir auf Pferd die Laterne verwenden? Ein bisschen Licht. Ich weiß nicht. Wäre irgendwie besser gewesen, wenn das ein Passiv wäre, dass man nicht immer aktivieren müsste. Weil es eh keinen Grund ist, nicht zu haben, oder? Irgendwie muss man hier hochkommen. Vielleicht gibt es auch so einen Fluss nach oben in dem Sinne, wo wir hochspringen können. Hier ist wieder nichts. Ein bisschen unterwältigend. Ist es nirgendwo was? Mehr Giftblüten. Ich glaube, hier sind wir schon mal... lang gerannt. Oder? Wo sind wir hochgegangen? Ehrlich gesagt, gerade die Orientierung ist nicht so wirklich. Ach, ne Grabe. Hier was? Nein. Auch nicht. Ich glaube, hier sind wir hochgegangen, ne? Jo. Dammit. Okay, dann gehen wir nochmal über die... Über die Holzbrücke. Vielleicht haben wir da was übersehen. Weil wir sind da relativ dumm runtergefallen. Sogar beim Porten geht die Laterne aus. Sehr ärgerlich. Au. Ich meine, das hier wird ja nicht einfach so zum Spaß hier sein, oder? Hier, das muss irgendwas zu bedeuten haben. Also, da hinten waren wir. Ich meine, da gibt es noch mehr, aber... Bevor wir nicht eine Karte haben, macht das... Äh... Das könnte noch ziemlich weit hochgehen. Das könnte noch ziemlich weit hochgehen, nach Norden. Vom Ehrenbaum aus. Oder da unten durch. Okay. Ähm... Wofür ist das hier da? Wir probieren hier nochmal hochzukommen. Auch wenn ich irgendwie nicht so wirklich, ähm... Weil, er ist hier oben. Ich hab das Gefühl, das könnte ein Wink sein, dass wir hier hochkönnen müssten. Ah... Das klappt nicht ganz. Andere Seite. Hm. Ich glaub, das ist alles nicht sonderlich erfolgsversprechend. Ja, wir kommen hoch. Aber da ist halt nichts, ne? Hm. Wofür... Warum ist das hier da? Wenn hier nichts ist, warum ist das hier da? Das haben wir schon mal probiert. Es muss hier irgendwo eine verdammte Höhle geben. Da ist noch Loot. Okay. Naja. Nicht wirklich pralle. Sehen wir irgendwas? Schädel. Das ist alles... Hier hängen irgendwelche Typen oben. Wahrscheinlich hat man hier auch Albinaurix aufgehängt. Okay. Ähm... Das ist jetzt die Frage. Wir wissen... Wir haben auch keine Ahnung, wo wir hier irgendwie... Es gibt keine Straßen, die eingezeichnet sind. Wo wir hier irgendwie ein... Eine Karte finden für dieses Gebiet, ne? Wir wollen hier irgendwie hoch, aber... Das wollen wir ja schon länger. Und bis hier... War das nicht sonderlich fruchtbar. Was ist... Ich komme hier rüber. Ich glaube, hier kommen wir auch nicht hoch, oder? Ah, doch. Das Pferd kann, glaube ich, ein bisschen höher springen als zu Fuß. Also wirklich viel ist hier auch nicht. Im Endeffekt. Okay, das ist einfach nur... Ne. Ich wollte sagen, das ist... Einen anderen Weg zu diesem... Albinaurix-Dorf, aber... Wir kommen da die Klippe ja nicht hoch. Deswegen... Ne, hier sind wir ja runtergesprungen. Ich habe keine Ahnung, wo wir... Wo wir weitermachen sollen. Ich meine, es gibt viel zu entdecken. Ich denke, wir... Wir können sonst... Mal den ganzen Sumpf... Ein bisschen genauer... Schwarzwache? Krabbenkocherhütte. Ah, das ist der, wo wir das... Ein Item da abgenommen haben. Wir können hier die ganzen Sachen angucken. Aber es ärgert mich, dass wir... Dass es hier nicht irgendwie runter geht. Ich... Ich möchte halt immer noch irgendwie hier rüber kommen. Oder hier hoch, auf dieses Plateau, aber... Das sind ja so die Sachen, die ich momentan probiere. Aber irgendwie führt da nirgendwo einen Weg hin. Das ist ein bisschen frustrierend. Warte mal, war da gerade was auf der Karte eingezeichnet worden? Nee, okay, gut. Lass uns mal hier lang gehen. Äh, ist das... Ja, das ist... Ach, wieder einer von euch. Boah, viele von den Typen. Wir gehen mal ein bisschen weiter nach Norden hier. Ich will mal gucken, ob wir irgendwie sowas sehen wie eine Straße. Das hier sieht ein bisschen straßig aus. Aber vielleicht gibt es hier... Ein... Eine Karte von diesem Gebiet. Ah, da ist wieder so eine Statue. Führer und Torwächter, all jener, die zu den Wurzeln heimkehren. Zeigst du uns nicht einen Weg? Doch, das zeigt auch nach unten. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Ich meine... Jeder Weg ist so gut wie der andere. Die werden, glaube ich, rot, wenn sie sich bedroht fühlen. Die Quallen. Gibt's bestimmt auch irgendwo eine Gnade. Wir kommen hier ein bisschen runter. Interessant. Vielleicht geht's hier zum... Zur Küste. Wow. Ich mag euch nicht. Keine wenige. Gewällt mir nicht, dass die drei Hits aushalten. Oh, der ist auch fast tot. Noch einer. Ne, der ist schon... Sind schon alle platt. Ha. Okay. Coole Sache. Wir haben halt... Keine Karte, ne? Eine Höhle. Ich denke mal, da drin wird eine Gnade sein. Aber ich denke mal, das ist wahrscheinlich nur ein Dungeon. Ich werde mal kurz die Gnade aktivieren. Dann sehen wir auch, wie dieses... Wie diese Höhle heißt. Katakomben am Wegesende. Die können wir vielleicht in der nächsten Episode machen. Momentan... Ist nicht das, was ich gesucht habe eigentlich. Hm. Ich denke, wir gehen wieder hoch. Wir können uns jetzt jederzeit hier runterporten. Wir müssen nicht mehr an den Typen vorbei. Von dem her, das ist schon mal super. Nichtsdestotrotz würde ich eigentlich ganz gerne Karte von dem Gebiet haben. Ich weiß, wir sind in den alten Gebieten immer noch nicht durch, aber... Versuche so ein bisschen... Einen Überblick. Jetzt erstmal einen groben Überblick zu verschaffen mir, bevor wir... Ja, das geht dann da nach hinten. Bevor wir dann irgendwie... anfangen, alles säuberlich und gründlich abzusuchen. Aha. Da ist wieder eine Gnade. Und eine Hütte. Mit Loot. Oh. Hi. Hältst du ein bisschen was aus. Au. Okay, du hast wahrscheinlich gerade irgendein Heel gecastet. Edgar, der Rückkehrer. Au. Warum bist du so schnell? Ich unterschätze auch seine Range. Okay, viel hat er nicht mehr. Ich glaube, er wollte sich gerade heilen, die Sau. Eine Shabiri-Traube. Okay, wir haben ganz viel Zeug gekriegt. Helebarde, der Exil-Ritter, plus acht. Wow. Ruhrfleisch-Klops. Nochmal. Okay. Äh, Traube hatten wir schon. Lassen wir uns mal kurz das hier alles plündern. Hütte des Rächers. Das sind alles rohe Fleisch-Klopsen, ne? Wohl. 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 Oder übel. Okay. Ja, gut. Ich mein, das ist was, ne? Ich denke, wir machen an dieser Stelle erstmal einen Break. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und ich denke mal, dann... Wollen wir erstmal die Katakomben und werden noch ein bisschen weiter nach Norden vorpreschen. Wenn, äh... Wenn dann... Wenn noch Zeit bleibt. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Und wenn man auf geht.